Was geht Leute, mein Name ist Danny, ich bin Stan, willkommen zurück zu einem neuen Video und heute spielen wir Roblox Und heute sind wir im luxuriösen Fahrstuhl, was ziemlich geil ist, denn das ist ein luxuriöser Fahrstuhl Also wir sehen hier ein bisschen aus Gold und wir kommen immer irgendwo raus Zum Beispiel jetzt sind wir irgendwo, wo wir Tacos regnet Oh man, das ist irre, ich kann nicht die aufsammeln, ne Also es ist quasi, es ist mehr so ein Überraschungsspiel Man ist in einem Fahrstuhl, man weiß nicht, wo man rauskommt Und jetzt gerade sind wir in dem Tacoland, wo wir quasi, ja, Tacos von oben fallen Ganz ehrlich, Tacos sind, habe ich Tacos schon mal gegessen? Oh, mein Outro Ziemlich geil, Leute Aber ich weiß gar nicht, ob ich Tacos schon mal gegessen habe, ich glaube aber nicht, der hat einen Fischenspinner, Leute Ich bin zu 2% eifersüchtig, zu 2% aber nur Und, ähm, ja, mal schauen, wo wir als nächstes rauskommen Deswegen, darum handelt das Spiel einfach Oh, oh mein Gott Oh, hi Äh, ich warte, wenn das steckt, oder? Hä? Was ist passiert, Leute? Habt ihr es gesehen? Oh, siehst du den Sinne? Ha, 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 ha Hallo, siehst du da dir? Oh, man Was war das? Oh, der sieht abgespaced aus, Leute Was zum Teufel ist bei dem schief? Ha, ha, ha Das ist irgendwie ziemlich witzig, Leute Ziemlich, ziemlich witzig Aber, ja, bis jetzt war es ganz geil Weil, ich habe ja schon mehrere dieser Spiele gespielt, wo wir im Fahrstuhl sind Aber, dieses Spiel mit dem luxuriösen Fahrstuhl habe ich noch nicht gespielt Und, ist der Final Countdown, höre ich gerade Okay, ziemlich episch, nur wo geht es jetzt raus? Welcome Ähm, kann ich rauskommen? Ah, das ist Windows Lol Was zum Teufel? Ha, ha, ha Kann ich auch mal gucken? Ah, Error Roblox Has, ah Okay, Roblox abgestört, Leute Dann bitte Meine Güte Ist das Windows 7? Ich glaube, ja Windows 7 war ziemlich geil, Leute Oder Windows Vista? Oder Windows 2000? Ich habe keine Ahnung mehr, was genau ist, Leute Ha, geil Er hat quasi einen Song aus diesen Airbus bei uns gemacht Ey, ziemlich geil Oh mein Gott, das ist cool Ich mag das Oh, okay Jetzt ist, äh, Bluestream Oh mein Gott Leute Ohne Scheiß Mein PC hat auch schon ein paar Mal ein Bluestream Das ist aber das Schlimmste, was passieren kann, okay Man spielt Ich nehme auf, aber normal ist alles blau Verdammt schrecklich, okay Bitte nicht nochmal Ich sage euch mal vor, jetzt wo ich drüber rede, passiert ist Das wird ziemlich ätzend Definitiv Okay, lass mal sehen Was passiert als nächstes? Die Musik deutet so ein bisschen drauf hin Die hat einen Taco Ich will auch nicht keinen Taco Ich will auch einen haben, ehrlich gesagt Oh mein Gott Was ist das für einer? Äh, hallo Buddy Ähm, ich habe keine Ahnung, wer du bist Aber es sieht verdammt Was zum Teufel, wer ist das? Was? Der Typ ist hier reingekommen Äh, lol Sieht witzig aus, Leute Äh, lol Was steht da drauf? 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 Äh, Gott Roots Der Typ war doch draußen da, oder nicht? Ist einfach so reinkommen Ich verstehe halt gar nichts mehr Hä? Oder ist es normaler Spieler? Aber ganz ehrlich, schau dir mal, wie man aussehen kann in dem Spiel Ziemlich geil Was ist das hier? Oh mein Gott, wo sind wir? Nope Nope Ah, da können wir gar nicht rein Exits Hahaha Es gibt keinen Ausgang, Leute Wir kommen nie wieder aus dem Fahrstuhl raus Und dann noch die Musik dazu Na gut, dass wir da reingehen Theoretisch werden wir ja so oder so immer in den Fahrstuhl zurückleidereportiert Hundertprozentig feststeht Und in letzter Zeit gehen sie mich oft in meinen Videos Ich weiß Hey, du glitzerst so? Damn Wahrscheinlich bist du wunderschön Nur deswegen glitzerst du so? Alter Schwede Was für eine Tussi, Leute Schau euch mal die Kette an Alles Die Sonnenbrille Die denkt auch divers Hundertprozentig Was soll ich hier machen? Ey, sorry Aber ich finde, der sieht so cool aus, ne? Und wir sind wieder im Fahrstuhl Der sieht einfach so geil aus, Leute Einer der coolste Charakter Hatte ich jemals gesehen Aber im komplette Spiel Sorry, ich weiß nicht, wieso ich so komisch lache Aber meine Hormone kommen doch nicht klar auf den Aussehen Es ist so merkwürdig Okay, die Musik Oh Ist das nicht Donkey Kong Musik? Oder so? Oh, Portal Wir sind bei Portal Kennt ihr diesen Daumen? Oh mein Gott Da ist sogar jemand Episch Das ist cool Das mag ich Damn Episch Einfach nur episch, Leute Was geht wieder dazu? Oh mein Gott Scherb ich? Ich glaube, ich sterbe, oder? Na, ich bin wieder im Fahrstuhl, oder? Ja, wir sind wieder im Fahrstuhl, Leute Und wir werden einfach wieder zurück Ich will nicht mehr gehen Was passiert jetzt? Es ist immer noch ruhig, Leute Uh Wo sind wir jetzt? Oh, Leute Ich glaube Wisst ihr, was es ist? Ich glaube, das war Roblox Dass es rausgekommen ist Ich meine, Roblox hat sich hier verändert Aber als es rauskam Sah es genau so aus So ein bisschen mehr Lego-mäßig Mittlerweile ist Roblox So in eine andere Richtung gegangen Weil Das Gute ist bei Roblox Jeder kann seine eigenen Sachen erstellen Und alles, was ziemlich cool ist Aber Damals war Roblox so Es war so blockartig Wir sehen können Es sieht so ein bisschen mehr Lego-mäßig aus Und man konnte auch schon rennen Aber es gab auch nicht so coole Animationen Sondern es war Alles sehr Ja, wie soll ich sagen Also in dem Spiel ist mal nicht so cool gelaufen Also ja Ihr wisst ja, wie Roblox davor aussah Ich meine, ich höre euch die ersten Roblox-Videos an Dann wisst ihr ganz genau, wie Roblox davor aussah Aber ja Sie haben es auf jeden Fall verändert Und das war ziemlich cool Definitiv hat mir gefallen Muss ich wirklich sagen Okay, okay Wo öffnet die Tür jetzt? Ich komme nicht raus 615 Okay Ist hier noch irgendwas passiert? 615 Warte mal Alles ist 615 Hä? Äh Das war merkwürdig Wo war der Sinn? War das so ein Hotel? Ich glaube, das war ein Hotel, Leute Meine Güte, die Leute ticken alle aus, ey Alle ticken aus Ich mag persönlich die Flure oder Ebene am meisten Wo man noch rausgehen kann Und wo man Oder so gruselige Flure mag ich auch Oder sowas wie bei Portal Das war so cool So Oh damn, was haben wir hier? Oh mein Gott Oh Oh mein Gott Warte mal, das ist eine Küche Oh wow Der Typ muss so an Und er ist explodiert Ach du Kacke, Leute Ach du Kacke Vor allem der Typ hier Die sind gelbe Oh mein Gott, was passiert? Der Typ Ist ein normaler Spieler Anschein, Leute Das ist eine Ich bin ja Und ich hab ja Wo ich gehen Ich hab keine Ahnung Wieso ich die ganze Zeit Gehen muss Ich weiß Dass du das Video liken willst Ich weiß Es Genau Ja Wo sind wir jetzt? Was mag ich? Wir sind im Raum Was passiert hier? Area Code Telefon Number Country Code Kann ich noch was ändern? Ne ne? Hier haben wir einen Router Der hat aber ziemlich viel Antennen Meine Güte Oh warte mal, warte mal Der sagt mir was Damn GeForce GTX Was ist hier? Alter Schwede Ich verstehe jetzt gar nichts mehr im Leben Was ist Was ist hier los? Alter Schwede Ist das merkwürdig? Das ist sehr merkwürdig gewesen Keine Ahnung was das war Aber es war Super duper mega merkwürdig Oh warte mal Wir können sogar drücken Naja okay Aber ich kann nicht auswählen Wo ich will Hier kann man jemanden anrufen Falls man stecken bleibt Also wir sind theoretisch Definitiv stecken geblieben Leute Ich meine ich habe keine Ahnung Wer diesen Fahrstuhl Kreiert hat Aber Leute Es war eine gute Oh I'm back I'm back Oh damn Was zum Teufel Alter Schwede Ah der hat auch I'm back I'm back Lol Ach du Kacke Da denkt sich nur so Ich habe ein Fidget Spinat Und die anderen haben es nicht Oh meine Seht ihr das Leute Schaut es mal an Ich bin so cool Ich bin so cool Ich habe ein Fidget Spinat Ihr nicht Oh ja Freudlichen Keks Okay Freudlichen Keks Ich interessiert nicht mal Ob du ein Fidget Spinat hast Okay Ich habe viele Ich habe eine komplette Sammlung Ja Eine komplette Sammlung Leute haben sich drüber lustig gemacht Aber im Endeffekt waren sie nur eifrig Auf meine Fidget Spinat Sammlung Sie wollten nur dieselbe Sammlung haben Wie ich Das war das Ding Okay Deswegen hör auf anzugehen Du hast noch einen roten Ich habe die in allen Farben Oh Wow Wow Eine Welle Warte mal Ist das eine Flut Oh mein Gott Warte mal Ist das eine Flut Die auf uns zukommt Wow Wir müssen springen Denn wir können nicht mehr überleben Nein 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 Oh mein Gott Das ist wahr Leute Oh oh Bitte hilf mir Indem du das Video likest Bitte tu mir den Gefallen Ich werde sterben Vor allem jetzt Alter Das nimmt alles mit Leute Vor allem da waren Leute Damn Das ist krank Ach du heilige Kacke Mann Ich bin gespannt Was passieren wird Ich bin sehr gespannt Was passieren wird Oh mein Gott Ja Was wird passieren Wir werden Oh 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 Ich bin ehrlich gesagt Zu froh Dass es zugegangen ist Leute Ich bin sehr froh Dass der Fahrstuhl zugegangen ist Ansonsten hätte ich geweint Und ich will nicht weinen Lady Wie machen sie das Oh was ist jetzt los Sie ist eben Hier ist sie sich Stecken geblieben Oh Es wird der Fahrstuhl So extrem schnell runterfallen Ah oder hochfahren Hochfahren 6100 Das war's Okay das war sehr spaßig 100%ig Oh 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 Wow Damn Kann ich raus Oh mein Gott Oh das ist der Fahrstuhl Ah ich fliege nach oben Wieso Planet Erde Leute Oh mein Gott Das ist episch Das ist die coolste Ebene Bist jetzt Leute Der Fahrstuhl ist ewig lang Wir sind ja außerhalb der Erde Mittlerweile im Fahrstuhl Heilige Kacke Sieht man wie Ne warte Ich fliege hoch ne Irgendwie schon Leute Ich fliege mehr hoch Damn Das war brutal Und wieso ist sie immer noch da drin Wie machst du das überhaupt Bist du überhaupt ein Mensch Ich hab keine Ahnung Das ist ein cooler Das ist ein cooles Spiel Definitiv Leute Gefällt mir richtig gut Finde ich absolut Episch Traumhaft Und sensationell 100%ig Okay Leute Einen Ort Schauen wir uns das an Weil wie gesagt Ich fahre in Urlaub Und da muss ich Ein paar Videos Fortproduzieren für euch Damit ihr Videos sehen Zu sehen habt Ja 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 Ich denke an euch Immer Oh damn Damn Wer bist du Dies ist im anderen Fahrstuhl Leute Oh Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Nein 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 Ja Wenn man da reinkommt Stört man Ach du Kacke Oh Nein 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 Okay Alles vorbei Nein gut Leute Wie auch nochmal Ich werde das Video Vorher mal stehen lassen Das war eine Menge Spaß Für mehr von diesem Spiel Lass uns noch oben da Falls du es bis hin geschafft hast Schreibe Via Fahrstuhl in die Kommentare Und ich sehe dich nicht so wieder Bye bye Danke für deine Schauen des Videos Wenn dir das Video gefallen hat Würde ich mich freuen Wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest Außerdem solltest du definitiv mal Eine meiner letzten Videos auschecken Die findest du rechts Also klick einfach irgendein Bild an Und dann wirst du gleich hingeleitet Ich bin mir sicher Es gibt bestimmt irgendwas Was dir gefallen wird Und falls du es nicht getan hast Kannst du gerne kostenlos abonnieren Für täglichen Videocontents Und falls du schon Abonnent bist Kannst du unten gerne die Glocke anklicken Damit du immer benachrichtigt wirst Wenn mein Video hochkommt Aber danke fürs Seinne Schauen Und wir sehen uns im nächsten Video wieder Ciao